1980. Die Probefahrten mit dem ZAK Speed Capri der dritten Generation zeigten schnell, der neue Superflügel würde ihn unschlagbar machen. Zarkowski wollte in dieser Saison erstmals mit seinem Wagen in der großen Division der deutschen Rennsportmeisterschaft mitmischen. Man hatte den Vorjahressieger Klaus Ludwig als Fahrer engagieren können. Durch das Wing Car Prinzip hatte der Capri einen Abtriebswert von ca. 800 kg, was in etwa dem Eigengewicht entsprach. Der Turbomotor leistete bei 1750 cm³ 560 PS. Dass Ludwig dann doch erst in der Saison 81 mit dem ZAK Speed Capri die deutsche Rennsportmeisterschaft gewann, lag daran, dass der von Porsche eingelegte Protest gegen den Superflügel Erfolg hatte und danach alle mit dem Flügel eingefahrenen Punkte annulliert wurden. Nichtsdestotrotz hatte der Capri im ZAK Speed Tuning den Porsche-Fahrern einmal mehr die Zähne gezeigt. Und das war das 1.5 Paar Renn Trembann. Und das war das 2.5 Paar Rennsportmann-Kont due�� gut. díasärer. Musik 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 Den Capri zu tunen optimistisch